Was ist dir heilig? Was mir heilig ist, ist eine Gemeinschaft, eine starke, wie man zum Beispiel auf dem Katholikentag auch eine findet. Und wie ich auch in der kirchlichen Jugendarbeit, in der katholischen, auch evangelischen Jugendarbeit immer wieder finde. Und das ist mir, was mir ganz wichtig ist. In welcher Jugendarbeit machst du mit? Ich bin bei der Schönstadtjugend, aber auch in der Jugendkirche in der Nähe meiner Heimatstadt, ich komme aus Trier. Und ja, da finde ich diese Gemeinschaft, aber auch zu Hause bei meiner Familie, meinen Freunden insgesamt. Aber hier, finde ich, erlebt man das nochmal so ganz stark mit vielen Jugendlichen und auch anderen Gläubigen. Was ist euch heilig? Ja, Freundschaft und Gemeinschaft, wie auch das bei der DPSG ist und bei allen anderen Vereinen. Weil es, glaube ich, auch eines der wichtigsten Dinge ist, dass wir zusammenleben können. Ja, dass man einfach nicht alleine ist, dass man Leute hat, mit denen man sich zu unterhalten kann, mit denen man zusammen am Lagerfeuer sitzen kann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020